Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Ultimate Chicken Horse. Heute zusammen mit die Super Miss Pinkie. Hallo. Und zusammen mit der Juna LP. Ein Zuhn, die sich gerade vor uns versteckt. Ja. Ja, wir wollen. Dann ab geht's. Seid ihr sicher? Oh ja, das sind wieder die Geschenke. Oh ja. Was ist das denn? Was ist was? Ich hab keine Ahnung. Also, das ist eine Tür. Oh, nix geschafft. Ähm, ich find's toll. Ich auch. Keiner hat gewonnen. Ein Gewinner. Ja. Ja, ja, wo ist das? Ja. Ja. Aber das müssen wir ja bekommen. Ne? Und das da auch. Ja. Okay, dann. Oh. Okay, jetzt. Wer möchte als erstes? Okay. Nein, nein, nein. Ich bin da irgendwo noch. Ah, Outfit freigeschaltet. Schon wieder für Yuko. Ist doch gar nicht. Und da? Und da? Fiona! Ja gut, ich bin jetzt kein Schaf. Ich bin jetzt das Huhn. Das ist... aber cool. Das ist doch schon mal cool. Das ist doch schon... Oh Gott. Ne, ich nehm die Kiste. Schade. Kein neues Level. Ne. Leider nicht. Oh Gott. Oh Gott. Nix da. Oh, nix da. Oh, nix da? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh, hey. Oh. Oh, hier ist es überhaupt nicht genug gewesen. Ach nein, ich wollte das schwarze Loch. Ja. Oh, das nehmen wir. Komm. Uh, ich glaube, das wird uns alle einfangen. Nein! 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 Steh einfach! Wie hast du es gesagt? Steh einfach! Das habt ihr zu mir gesagt! Nein! Ah, ich bin wieder oben! Hä? Suki? Ja... Äh... Gebe auf, Yuko! Gebe auf! Nein, ich gebe nicht auf! Verdammt! Niemals! Oh, Yuko ist schon fast fertig hier. Jetzt müssen wir hier doch mal ein bisschen die Steine in den Weg legen hier. Und tschüss! Na, Yuko? Mach's gut! Ja! Nein! Ich komme! Guck dir alle, wie sie kennenzulernen! Nein, 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 nein! Ich will nicht! Ich will noch leben! Oh, komm! Nix, ach komm! Nein! Nein! Ich will noch nicht warten! Ja, ich will noch mal! Wie kommst du so hoch? Äh, Shift? Ich komm schon mit Shift! Nicht so auf! Nein! Alter, nee! Alter, ihr macht mich fertig! Bis zur letzten Atemzug kämpfe ich! Okay, was geht... Oh, Gott! Das ist ja noch das schwarze Loch! Shit! Ah! Hier, komm, Yuna! Nimm das schwarze Loch! Nimm es! Nein! Oh, schade! Oh, oh! Da, da, da! Na, davon! Komm! 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 Nimm das schwarze Loch! Ja! Hab ich! Hab Spaß damit! Hab Spaß damit! Ja! Gleich von da oben durchfliegen, ey! Was? Gleich von da oben durchfliegen, oder was? Nein! Nein! Nimm halt! Nein! 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 Ich muss ja hier... Oh, scheiße! Ich hab grad Panik gekriegt wegen der Tür! Ich bin weg! Falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt! Das Ding wird auch... Ja! Sie ist soweit! Juhu! Nein! Schon wieder! Ja! Ich hab's geschafft! Ganz ruhig! Oh mein Gott! Gar nicht erst in die richtige Richtung lenken! Nein! Tschüss, tschüss! Hey! Hilf! Nimm mal hin, Miss Pinky! Ich komm mal! Guck mal! Ich komm mal! Ich komm mal! Mit einem Mal! So viele Punkte! Ich werd' wahnsinnig! Sicher! Kann... Was ist das? Der Ohr? Weiß ich nicht, was der Ohr macht! Macht die? Tack! Hm! Keine Ahnung! Eine bestimmte Uhrzeit funktioniert sie einfach nicht mehr! Ich bin wieder da! Ich bin wieder da! Ich bin wieder drüben! Nein! Was willst du denn hier? Nein! Party! Party! Gewonnen! Gewonnen! Das will ich! Juhu! Nein! Unverschämtheit! Party! Gewonnen! 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 Boom! Boom! So, das Fragenzeichen. Hier ist kein Fragenzeichen. Da oben? Ja. Oben ist es. Ab da hin! Wow! Habt ihr das gesehen, wie weit ich weggeflogen bin? Ne, leider nicht! Sorry! Sekunde! Kein Problem! Gucke! Hui! Mhm! So! Jetzt kommen wir hoch, ey! Ah! Nein! Oder doch nicht! Oder doch nicht! Okay! Okay! Okay, ich mach nichts mehr! Alte Villa! Okay! Oha! Erstmal was Einfaches! Damit wir da auch nämlich hochkommen. Wir müssen erst mal gucken, dass wir da hinkommen. Nein, wir müssen noch da hin. Ist doch egal. Diese Pinkie macht da schon wieder eine direkte Abkürzung, was? Nein. Oh, ich glaube, ich habe das bei den Glasschämen zu dicht, oder? Ja, das geht. Nee, wir passen. Autsch. Nein, das ist zu niedrig. Ha! Für mich! Lege das Pferd! Outfit! Das Pferd! Cool. Nur, dass du kein Pferd gerade spielst. Nee. Okay, die erste Runde dürfte zu einfach gewesen sein. Ja, die war ja. Aber wir haben's. Genau. Und das ist das Wichtige. Hey, was ist denn da los? Jetzt, Autsch. Bin drin. Nein! Nein! Ja, und fein, ey. Ja, und fein, ey. Yeah! Nein! 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 An der gleichen Stelle alle drei. Ja. So kann das gehen, ne? So muss es sein. Das passiert so. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Läuft bei uns. Mhm. Ähm. Die Papo. Ich klicke einfach mal. Oh. Das habe ich genommen. Oh. Japp. Was? Oh. 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 Oh Gott, oh Gott. Hallo? Ich möchte da... Ich möchte da hoch. Ah. Nein! Oh, die Juko hat's geschafft. Ja! Wow. Hey? Oh, was macht das Box-Handschuh da? Box. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein. Was? Ich war doch noch gar nicht dran. Ja, ich hab's getan, ich hab's getan. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ich war doch da gar nicht dran. Oh Mann, oh. Und das ist doof. Oh. Oh. Ich glaub, das Ding wird nur bis da vorne kaputt gemacht. Oh. Oh. Oh, das ist doch gut. Oh. Ich vergesse mal diese Stacheln da, ne? Ja. Oh Mist, klingt ja auch. Läuft. 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 Sehr schön. Wie sie sich rollt. Jupp. Wir schaffen es jetzt schon nicht und jetzt setze ich das Ding noch da oben. Was ist denn los mit euch? Ich glaub, das einzige wäre, ist nur noch der Fahrstoß möglich. Ja. Wissen wollte ich denn ja auch? Der hab ich auch aktiviert. Okay, ich mach da mal was weg. So einfach sollte es auch nicht sein, ne? Ouch. Ja, da hat man keine Kontrolle mehr, wenn man oben ging. Ja, dann was. Ja. Ja. Gott. Ja? Es läuft gut. Es läuft gut. Es läuft. Ja. Äh, ich würde sogar fast behaupten nach Plan, ne? Also es läuft gut. Es läuft gut. Nicht nach Plan, ja? Ich brauche meinen Plan. Jetzt versuchen wir es hinten rum, oder wie? Äh, ihr habt uns jetzt hier komplett... Wer war denn das? Ja, keine Ahnung. Da kommen wir gar nicht durch mehr, ne? Ja. Da kommen wir gar nicht mehr durch, Luna. Ja. 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 Okay. Ja, da hinten rum ist nicht. Das ist zu einfach. Hm. Oh. Auf'n Eis drauf. Nein! Hm. Ich bin noch gesprungen. Huh. Guck mal, der schießt mich immer ein Stück weiter. Huh. Nein! Da ist übrigens, äh, Stacheln und so. Hm. Kriegst du ein bisschen. Ah, wir machen uns das sonst sehr leicht. Das merke ich schon. Ich find's gut. Ich find's gut. Alter, wo soll man überhaupt noch hier hin? Oh Gott. Boah. Wie soll man eigentlich überhaupt hin? Okay. Okay. Das dürfte jetzt eigentlich klappen. Ach. So. Dann so. Und dann hier. Und dann... Oh mein Gott. Wie denn so? Ah. Nein! 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 Ich wollte zu viel! Ich wollte diese verdammte Münze haben! Ja! Ja! Was zum? Ja! Ja! Das ist das Klebe! Eigentlich war ich, glaub ich, tot, oder? Ähm, nee. Ich hatte keine Kontrolle mehr. der ist immer von ins ziel noch rein ja genau das schwarze loch da dann geht es ja gar nicht mehr wer ist eigentlich gerade zur zeit am gewinnen kann man das macht ja ja ich glaube ich juna ich ja nicht sie hat wieder rein freigeschaltet sie ist der juna ein bisschen hat gewonnen das waren zwei verrückte und ja das ist der wahnsinn und kann ich denn was nehmen du musst ja keine ahnung ich weiß nur bei mir ist das x zum auswählen ach wartest du warte ja ich wollte mal kurz gucken guck mal was ich für den pferd ab eine schleife okay es ist wieder die alte villa sehr cool also ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns hoffentlich in der nächsten folge wieder keine ahnung keine ahnung gib mir mal